Dann herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. Der Titel dieses Vortrages lautet Robust IRC oder IRC ohne Netzblitz. Zunächst zum Überblick über den Vortrag. Ich werde erstmal motivieren, warum wir überhaupt ein Projekt angefangen haben, was sich mit IRC befasst. Dann werde ich einen Überblick darüber geben, wie Robust IRC funktioniert und was unsere grundsätzlichen Ideen sind. Ich werde ganz kurz auf das Robust Session Protokoll eingehen, dann auf Raft, was die zugrunde liegende Technologie ist. Ich werde das Kleingedruckte euch nicht vorenthalten und danach über die Lektionen, die wir aus dem Betrieb eines Netzes über mehr als ein Jahr mittlerweile gelernt haben, vorstellen. Zunächst zum Hintergrund. IRC steht, wie die allermeisten von euch wissen, für Internet-Relate-Chat und wurde in RFC 1459 und ein paar Nachfolge-RFCs standardisiert, sage ich mal. Wer sich schon eingehend mit dem IRC befasst hat, weiß, dass es viele Eigenentwicklungen, Eigenimplementationen gibt, was sowohl die Client- als auch die Serverseite angeht. Es gibt also eine ganze Reihe an verschiedenen Code-Strängen sozusagen. Es gibt ganz viele verschiedene IRC-Server und alle haben so ein bisschen ein anderes Verständnis von dem bestehenden Standard und haben so ein bisschen eigene Funktionen, die sie mit eingebracht haben. Es gibt, wie auf der Folie zu sehen, links unten abgebildet habe ich XChat, ein sehr beliebtes Unix-Chat-Programm, welches IRC unterstützt. Und auf der rechten Seite sieht man ein Mobilfunktelefon, welches auch einen IRC-Client hat. Also es gibt quasi für jede erdenkliche Plattform IRC-Clients. Ganz kurze Publikumsbefragung, wer von euch ist in irgendeiner Art und Weise, zumindest manchmal im IRC, bitte die Hand heben. Das sind so ziemlich alle, bis vielleicht auf einen, okay. Dann erzähle ich euch damit ja nichts Neues. Ich möchte trotzdem noch kurz motivieren, warum wir Robust-RC geschrieben haben. Das IRC ist in einigen Kreisen, wie hier in diesem Raum eben auch, weit verbreitet. Und insbesondere ist das die freie Softwarekultur oder eben die Hacker-Community, dort läuft sehr viel über IRC. Immer mal wieder packt es uns dann und mit uns meine ich den lokalen Chaos-Treff, damals in Heidelberg noch. Und wir schauen uns dann an, so was gibt es eigentlich für Alternativen zu IRC, weil wir nicht so super zufrieden sind mit IRC. Und immer mal wieder schauen wir uns dann so um und evaluieren so die anderen Sachen, so das, was sich innerhalb des letzten Jahres oder so etabliert hat oder was versucht, sich zu etablieren. Und dann finden wir immer, nichts von dem überzeugt uns wirklich. Und dann bleiben wir doch immer noch im IRC, weil das ist ja schon eingerichtet und es läuft bei allen. Und keins hat so genug Pull, um uns dazu zu bewegen, zu wechseln. Und dann haben wir uns aber überlegt, was ist eigentlich das, was uns am allermeisten stört am IRC? Und für uns persönlich kam dann die Stabilität als großer Punkt. Die ist verbesserungswürdig, finden wir. Und das grundlegende Problem ist, dass TCP-Verbindungsabbrüche das Netz zerteilen. Und das passiert sowohl zwischen dem Client und dem Server, also wenn ich mich mit meinem Computer jetzt in ein Netz verbinde und die TCP-Verbindung abreißt, weil ich gerade rumlaufe und das WLAN abreißt, dann kann ich nicht mehr an dem Chat teilnehmen. So weit, so gut, das erwartet man ja auch gegebenenfalls. Jetzt ist es aber so, dass ein TCP-Verbindungsabbruch zwischen der Verbindung zwischen zwei Servern in einem Netz das komplette Netz zerteilt. Dadurch können dann also die Leute, die mit dem einen Server verbunden sind, nicht mehr mit den Leuten reden, die auf dem anderen Server verbunden sind. Das heißt, ein TCP-Verbindungsabbruch ist invasiv und daraus folgen verschiedene Anreize, die man als Betreiber eines IRC-Netzes oder eines einzelnen IRC-Servers hat. Das bedeutet also, wenn ich als Betreiber von einem IRC-Server meine Software aktualisieren will, dann bin ich angehalten, das so selten wie möglich zu tun. Weil wenn ich einen neuen Kernel installiere und dann rebooten muss, dann sind ja alle TCP-Verbindungen getrennt und dann mache ich quasi das Netz so ein bisschen kaputt. Und je kürzer das dauert, desto glücklicher sind meine Nutzer. Und das finde ich heutzutage umso mehr fragwürdig. Also früher auch schon, aber heute umso mehr, weil wir quasi jede zweite Woche eine Sicherheitslücke haben in irgendeiner Library, in irgendeinem Subsystem von der Software, die wir benutzen. Und dann muss man aktualisieren. Das heißt, entweder hat man ein gutes IRC-Netz und schlechte Software, schlechte Security, eine hohe Angriffswahrscheinlichkeit, einen hohen Angriffsvektor. Oder man ist top aktuell und die Nutzer mögen einen nicht, weil andauernd die Verbindungen kaputt gehen. Und das fand ich doof. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte man denn eigentlich Netzblitz verhindern, aber kompatibel bleiben mit IRC, also mit der bestehenden Client-Landschaft. Wir haben dann eine zweigeteilte Idee entwickelt. Die eine Idee ist, dass TCP-Verbindungsabbrüche einfach transparent gehandhabt werden sollen. Also ein TCP-Verbindungsabbruch zwischen Client und Server soll einfach kein Problem mehr sein. Und die Lösung dafür ist das Robust-Session-Protokoll, was ich gleich noch vorstellen werde. Und der andere Teil der Idee ist, auch zwischen den Servern sollen Verbindungsabbrüche kein Problem mehr sein. Und vor allem aber auch Neustarts sollen kein Problem mehr sein. Also wenn ein Server aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verfügbar ist, dann darf das gar nicht auffallen im Normalbetrieb von dem Netz. Und wir haben uns dann umgeschaut und festgestellt, es gibt hochverfügbare Datenbanken. In den Folien habe ich da einen Link reingepackt. Und dann haben wir uns überlegt, warum nehmen wir nicht einen IRC-Server und implementieren einen IRC-Server auf Basis von einer Library wie Raft oder Paxos, dazu gleich noch mehr, und verteilen damit einen IRC-Server als verteiltes System auf mehrere Server. Und von denen darf dann einer oder mehrere ausfallen. Als Überblick also, man hat eine bestimmte Anzahl an Robust-IRC-Servern, ich sage mal N-Server, die dann einen virtuellen IRC-Server bilden. Das heißt, bei Robust-IRC hat man nicht ein Netz, was aus mehreren Servern besteht, sondern man hat beliebig viele Server, aber wie viele man tatsächlich hat, ist ein Implementationsdetail, was einen als Anwender gar nicht interessiert. Für mich sieht das immer so aus, als würde ich mich mit einem IRC-Server verbinden. Wenn man jetzt also drei Server betreibt, dann ist ein Ausfall der Minderheit an Knoten immer okay. Das heißt, bei drei Servern darf einer ausfallen, bei fünf Servern dürfen zwei ausfallen und so weiter. Man kann das also nach oben skalieren. Es ist allerdings auch so, dass man nicht beliebig viele Server in so ein Netz packen will, weil dann der Overhead eben auch mitwächst. Das heißt, es gibt quasi so einen Sweet Spot. Wir betreiben zum Beispiel unser offizielles Netz, also offiziell, weil es eben auf dem Domain-Namen Robust-IRC.net läuft, mit drei Servern und das funktioniert für uns gut. Es ist aber auch denkbar, dass man eins mit fünf Servern betreibt oder in anderen Konstellationen. Wie gesagt, das Robust-Session-Protokoll wird benutzt zwischen Server und Clients und dann haben wir ein kleines Programm namens Bridge. Das kann man sich so vorstellen wie einen Proxy-Server. Der läuft üblicherweise auf demselben Rechner wie der IRC-Client und der nimmt dann den IRC-Traffic entgegen, verpackt ihn in Robust-Session und schickt ihn dann zum Server. Es gibt auch für bestimmte IRC-Clients, im Moment ist das nur für IRC, gibt es ein Plugin, mit dem man das direkt sprechen kann, ohne dass man zusätzliche Software installieren muss auf seinem Computer. Und zukünftig könnte man vielleicht über nativen Support in Clients nachdenken, mal sehen. Das Robust-Session-Protokoll benutzt HTTP und JSON statt puren TCP-Verbindungen. Die Wahl fiel auf HTTP und JSON, weil das sehr, sehr weit verbreitete Technologien sind, die in quasi jeder Programmiersprache ganz einfach zur Verfügung stehen. Das heißt, egal wie euer Client aussieht, ihr könnt mit Sicherheit Robust-IRC benutzen direkt. Also man kann ein Plugin implementieren oder einen nativen Support. Das war die Wahl und außerdem ist es sehr freundlich zu Debuggen und für Corporate-Firewalls und für solche Umgebungen. Die vier Sachen, die man mit TCP-Verbindungen machen kann, also Connect-Verbindung aufbauen, Disconnect-Verbindung wieder trennen, senden und empfangen, haben wir abgebildet auf vier verschiedene Anfragen über HTTP. Der Connect ist ein Post auf Slash-Create, das Senden ist ein Post auf Slash-Message, das Get ist ein Get-Slash-Message und Delete ist dann eben, um die Session wieder zu löschen. Für den Nachrichtenversand, also für den Post-Request, den man schickt, den kann man wiederholen, weil der eine Unique-ID eingebaut hat und wenn der Server bemerkt, dass er eine Nachricht nochmal bekommt, dann sagt er einfach, ist okay, ich hab die jetzt bekommen, filtert aber Duplikate raus. Das heißt, der Client, wenn er sich nicht sicher ist, ob der Server die Nachricht gesehen hat, weil er vielleicht nur die Anfrage geschickt hat, aber die Antwort noch nicht bekommen hat, wenn da ein Verbindungsabbruch in der Mitte war, kann sich darauf verlassen, dass er einfach so häufig, wie er möchte, dieselbe Nachricht schicken kann, solange eben die Unique-ID gleich ist und dann wird der Server da schon das Richtige tun. Für das Empfangen von Nachrichten funktioniert das ganz ähnlich. Es gibt eine Resume-Funktionalität, das heißt, man kann dem Server sagen, das war die letzte Nachricht, die ich gesehen habe und der Server schickt einem dann alle folgenden Nachrichten. Zusätzlich ist es so, dass jeder Server jede Anfrage beantworten kann. Das heißt, wenn man ein partielles Netzproblem hat, zum Beispiel ich kann bei meinem Internetanbieter nicht mehr mit einem der Server reden, weil irgendein Peering kaputt gegangen ist oder sowas, dann kann ich immer noch an den anderen Server schicken und gegebenenfalls, wenn er muss, leitet der dann die Nachricht für mich weiter, weil die Server untereinander ja in Kontakt stehen müssen, aber zum Beispiel für passive Sachen, wie zum Beispiel das Empfangen von Nachrichten, handhabt der Server das dann direkt und kann mir direkt die Antwort geben. Ich habe jetzt schon erwähnt, dass wir Raft benutzen und ich zitiere einfach mal die Definition von Raft von Wikipedia und danach schauen wir uns uns noch kurz an. Auf Wikipedia steht, Raft ist ein Konsensusalgorithm. Es war gedacht, dass es mehr verständlich sein als Paxos ist, aber es ist auch formelllich sicher und gibt neue Funktionen. Raft gibt es einen generischen Weg, um eine State-Maschine über ein Cluster von Computing-Systemen zu distribuieren, um sich zu verhindern, dass jede Node in der Cluster auf die gleiche Reihe von State-Transitionen auf die gleiche Reihe von State-Transitionen auf die gleiche Reihe von State-Transitionen auf. Es gibt da unten, da habe ich noch ein paar Links auf die Folie gepackt, da gibt es super Visualisierungen davon, wie Raft tatsächlich funktioniert, falls euch das on-detail interessiert. Schauen wir uns mal die Kurzfassung an davon. Angenommen, wir haben hier drei Server, repräsentiert durch die Knoten A, B und C. Der Knoten A in grün markiert ist der sogenannte Leader und B und C sind die Follower. Diese Knoten bilden dann zusammengenommen ein Raft-Network. Der Client schickt jetzt seine Nachricht an das Raft-Netz. Das heißt, konkret er spricht mit dem Knoten, der momentan der Leader ist, das wäre also A. Und A schickt dann die Nachricht an B und an C weiter. In diesem Beispiel gehen wir jetzt davon aus, dass die Netzwerklatenz zwischen A und B sechs Millisekunden beträgt und zwischen A und C acht Millisekunden. Bei Raft ist es so, dass eine Nachricht als persistiert und angenommen gilt, sobald sie auf der Mehrheit der Knoten angekommen ist und auf die Festplatte gespeichert wurde. Das heißt, in diesem Beispiel mit den drei Knoten nimmt A die Nachricht an, schreibt sie auf die Festplatte, schickt sie an B und an C, kriegt von B das OK zurück, ein klein bisschen schneller als von C und sagt zu dem Zeitpunkt dann schon dem kleinen, ja, die Nachricht habe ich jetzt bekommen. Und dann kann sie verarbeitet werden. Bis das passiert ist, wird eine Nachricht nämlich noch nicht verarbeitet. Deswegen bleibt auch alles konsistent. Und C kriegt dann die Nachricht auch, früher oder später. Das ist aber nicht so wichtig. Wie wenden wir jetzt das, wie wenden wir Raft an? Wir replizieren einfach alle IAC-Nachrichten. Also alles, was reinkommt, alles, was die Clients uns schicken, replizieren wir über Raft. Und die Antworten hängen nur von den Nachrichten an sich ab. Das heißt, wir haben einfach eine State Machine implementiert, also wir haben einen IAC-Server als State Machine implementiert und jeder Server generiert, wenn er die gleiche Eingabe hat, auch immer die gleiche Ausgabe. Das erlaubt uns, dass wir Server beliebig neu starten können. Wir können Server abstürzen lassen und sie dann wieder neu starten. Wir können sie absichtlich rebooten und so weiter. Wir können Server austauschen. Ist alles egal. Am Ende, wenn die Server dann wieder gestartet sind, sind sie wieder in genau dem gleichen Zustand wie alle anderen Server in diesem Netz. Das Kleingedruckte dazu, die Latenz, also wie schnell eine Nachricht, die ich jetzt zum Beispiel schicke, bei anderen Leuten, die in demselben Channel sind, ankommt, ist dadurch limitiert, wie gut die Verbindungen der Server untereinander sind. Also mal abgesehen natürlich von den Verbindungen zwischen dem Client und dem Server an sich. Davon ist sie immer limitiert. Aber bei uns, wie ich gerade erklärt habe, wird eine Nachricht, die reinkommt, ja erstmal von Raft auf die Mehrheit der Knoten verteilt und erst dann wird sie verarbeitet. Das heißt, die Median-Latenz zwischen Leader und Followern ist genau die Latenz der Nachricht, mindestens. Weiterhin ist es so, dass wenn man komplett perfekte Ausfallsicherheit haben will, dann braucht man dafür natürlich auch mindestens drei Failure-Domains, wenn man eben drei verschiedene Knoten betreibt. Das heißt, wenn ich ein Setup haben will mit perfekter Ausfallsicherheit, dann müsste ich eigentlich dafür sorgen, dass ich drei verschiedene Rechenzentren habe, in dem drei verschiedene Netzanbieter mir meine Bandbreite liefern mit drei verschiedenen Stromanbietern und so weiter. Also ich müsste quasi bei einem Anbieter einen Knoten haben, bei einem ganz anderen Anbieter ganz woanders einen anderen Knoten und genau so haben wir das Netz tatsächlich auch aufgezogen. Jetzt ist es so, das ist vielleicht nicht immer machbar. Vielleicht haben Leute irgendwie zum Beispiel Firmen intern, möchten sie das in ihrem Rechenzentrum hosten. Dann muss man sich natürlich genau überlegen, wie man die verschiedenen Knoten verteilt. Wenn man zum Beispiel alle drei Robust-IRC-Knoten auf dieselbe VM legt und die VM dann ein Problem hat, dann sind natürlich alle drei weg. Das ist soweit klar, denke ich. Man muss da also genau drauf schauen. Dann das letzte Kleingedruckte, also das letzte Problem ist, dass der Durchsatz von Robust-IRC vielleicht noch nicht hoch genug ist für die allergrößten Netze. Das heißt, solche Netze wie Freenode oder QuakeNet, die haben mehr Nachrichten pro Sekunde, als wir derzeit verarbeiten können. Der letzte Benchmark, den ich gemacht habe, hat ergeben, dass wir ca. 1000 Nachrichten pro Sekunde verarbeiten können, was schon eine ganze Menge ist für ein IRC-Netz, aber bei großen Netzen gibt es eben deutlich mehr. Und wir haben dafür aber eine Idee, die ist allerdings momentan noch nicht umgesetzt, denn in unserem Netz befinden sich zwischen 50 und 100 Nutzer und dann braucht man auch nicht hoch optimieren für Netze, deren Anwendungsfall man gar nicht hat. So, jetzt können wir mal eine kurze Demo machen. Es gibt ein Tool, das nennt sich LocalNet. Das ist so ein kleines Wrapper-Skript, welches dafür sorgt, dass man ein gültiges Zertifikat hat, was eine Voraussetzung ist für einen Robust-IRC-Netz und dann die verschiedenen Prozesse startet, alles auf dem lokalen Computer, einfach damit man ein bisschen mit rumspielen kann beim Entwickeln. Und wir können uns dann auch noch das Monitoring anschauen, das stelle ich aber erstmal hinten an, damit wir schön in der Zeit bleiben. So, ich bin also hier in meinem Robust-IRC-Directory und es gibt hier Robust-LocalNet, da kann ich angeben, dash start, Moment kurz, für stopp brauche ich das vielleicht, für start brauche ich es nicht. Ich probiere einfach mal aus, was passiert. Er sagt jetzt Starting und dann ging das ganz flott, da kamen dann noch zwei Knoten hinterher. Was er jetzt hier auf den Bildschirm wirft, ist die Adresse des ersten Knotens und auch aller folgenden Knoten. Und man sieht hier, er startet den ersten Knoten, sagt dann nach einer Weile, okay, das ist jetzt der Leader geworden und dann startet er die anderen Knoten, die dann in das Netz dazukommen. Wir können jetzt in einem beliebigen Browser einmal auf diese Startseite gehen und sehen dann, dass der erste Knoten, der hier gestartet wurde, tatsächlich im Zustand Leader ist. Und hier sind die Adressen der verbleibenden Knoten, dann gibt es ein paar Statistiken über Raft, also die die Raft-Library uns gibt. Und dann sehen wir hier, es gibt derzeit keine Get-Message-Requests, es gibt auch noch keine Sessions, weil wir das Netz ja gerade erst gestartet haben. Und in dem Log, also in allen Einträgen, die über Raft persistiert wurden und verarbeitet werden, gibt es derzeit nur die allererste Nachricht, die das LocalNet-Tool für uns eingibt, wo ein Dummy-Passwort und IRC-Operator definiert wurde, einfach damit man schneller testen kann. So weit, so gut. Jetzt kann ich hier einen IRC-Cline starten und kann sagen, connect localhost und dann sehe ich, dass ich hier mich mit dem IRC-Netz verbunden habe. Sagt hier, welcome to robust IRC. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel in einen Channel gehen und dann sieht man, okay, ich joine diesen Channel. So weit, so gut. Wenn ich was schreibe, dann kommt das hier an. Wir können nochmal auf die Status-Seite gehen. Hier hat sich das jetzt verändert. Wir sehen, die Session wird jetzt angezeigt. Get-Message-Requests gibt es keine auf dem Knoten. Der ist dann wahrscheinlich irgendwo anders hingegangen. Wie vorhin erwähnt, ist es ja egal, welcher Server den Get-Message-Request bekommt. Die können den alle beantworten. Und hier sehen wir jetzt die verschiedenen Einträge, die reinkamen. Man sieht hier die klassischen NIC-User-Messages, die der IRC-Client benutzt, um sich zu verbinden. Dann das Join-Demo und so weiter. Wichtig ist hier noch zu bedenken, die Nachricht, die ich gerade geschickt habe, wurde ausgefiltert, weil es hier natürlich nicht darum geht, die Nutzer auszuspionieren, sondern das wird hier angezeigt aus Debugging-Gründen. So, jetzt starte ich mal noch einen zweiten IRC-Client, verbinde mich auch mit dem lokalen Netz, gehe auch in den Channel, sage kurz Hallo. Wir schauen auf der anderen Seite. Hier dauert es jetzt eine kurze Sekunde, bis das auftaucht, weil ich üblicherweise, wenn ich mich mit einem IRC-Netz verbinde, in die Flood-Protection laufe, also meine Nachrichten werden dann einfach ein bisschen langsamer verarbeitet. Das ist aber im Normalbetrieb gar kein Problem. Wenn ich jetzt also hier antworte, dann sieht man, die kam sofort an. Und was wir jetzt mal machen können, ist, wir können uns jetzt einfach einen Knoten schnappen und den stoppen. Ich kann also hier mal kurz schauen. Ich habe hier verschiedene Robust-RIC-Prozesse auf meinem Computer laufen. Wenn wir von oben nach unten durchgehen, sieht man hier zunächst mal den ersten Knoten, dann hier den zweiten Knoten, das nächste der dritte Knoten und dann sieht man die Bridge, die ich hier am Laufen habe. So, jetzt nehmen wir doch einfach mal den allerersten Knoten. Das ist, glaube ich, am spannendsten, weil das ja derzeit der Leader ist. Und dann schauen wir mal, wie sich das System verhält, wenn wir den jetzt einfach abschießen. Wir schauen also hier oben nochmal kurz. Das ist der Leader. Und dann machen wir auch nochmal kurz hier die Status-Seite auf von einem anderen Knoten, damit wir dann gleich weiterschauen können, wie sich das Netz verhält. Genau. Also der zweite Knoten hier ist jetzt derzeit im Zustand Follower. Jetzt, da habe ich die Process-ID abgeschnitten. Das sollte die hier werden. Den killen wir. Und jetzt schauen wir auf die erste Status-Seite. Die ist jetzt weg. Der Knoten ist jetzt tot. Im zweiten sehen wir, der ist jetzt in den State-Candidate gegangen. Das bedeutet, der hat jetzt realisiert, oh, da kamen gar keine Health-Checks in einem bestimmten Zeitrahmen. Das Timeout ist standardmäßig zwei Sekunden. Und dann sagt er, okay, dann müssen wir jetzt wohl unter uns ausmachen, wer der neue Leader werden soll. Und wenn ich jetzt nochmal refreshe, sieht man, okay, der ist jetzt der Leader geworden. Hätte auch der andere Knoten werden können, das ist nicht deterministisch. Also nicht deterministisch in dem Sinne jetzt für die Demo. So, und jetzt sieht man hier auch, der Get-Messages-Request war von Anfang an auf dem zweiten Knoten. Der musste also nirgendwo anders hin. Man sieht auch die Sessions und das Log, soweit so gut. Wir können jetzt mal kurz in die IRC-Clients schauen. Wie man hier sieht, hat sich nichts getan. Wenn ich hier was schreibe, kommt es hier immer noch an. Also den einen Knoten abzuschießen, ist komplett egal gewesen für die ganzen IRC-Clients. Jetzt fragt sich vielleicht so mancher, was passiert denn jetzt, wenn wir noch einen Knoten abschießen? Weil da ist ja jetzt nichts mehr garantiert eigentlich. Weil die Aussage war ja, die Minderheit der Knoten kann sterben für drei Server, also einer. Einer ist jetzt weg. Aber was passiert, wenn wir noch einen abschießen? Jetzt nehmen wir einfach mal den hier, sagen kill und der ist jetzt weg, soweit so gut. Jetzt schreiben wir hier was und das kommt jetzt hier nicht an. Okay, soweit vielleicht noch erwartet. Jetzt können wir mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt hier in dieses Verzeichnis gehe. Hier gibt es so einen Restart-Skript, welches den Knoten einfach wieder startet. Und der ist jetzt wieder da. Der ist jetzt Follower geworden. Das heißt, der dritte Knoten ist jetzt der Leader. Und in den IRC-Clients sieht man jetzt auch, dass die Nachricht, die ich hier geschickt habe, hier mittlerweile angekommen ist. Das heißt, was passiert, wenn zu viele Knoten sterben, ist, das Netz friert ein sozusagen. Und fängt sich dann aber wieder, sobald der Knoten wieder dazu kommt. So. Gut, das mit dem Monitoring schauen wir später, wenn wir noch Zeit haben. Und jetzt zunächst noch über die Sachen, die wir gelernt haben. Ich denke, am wichtigsten ist, dass die Nutzer nur sehr, sehr zögerlich ihr IRC-Setup ändern, was sie einmal eingerichtet haben. Bei uns setzen sich die Nutzerzahlen derzeit zusammen aus 50% Nutzern, die eine Bridge benutzen, die wir für sie betreiben. Die nennen wir Legacy IRC, weil das eben eine Bridge ist, die immer noch Probleme hat, die wir eigentlich gelöst haben wollen. Das heißt, auf unseren drei Servern, die wir betreiben, haben wir auch jeweils eine Bridge am Laufen, auf die sich Nutzer direkt verbinden können, die an ihrem System nichts ändern wollen. Das heißt, die stellen einfach einen anderen Servernamen ein oder einen neuen Server und verbinden sich, so weit, so gut. Das Problem ist natürlich, wenn die Verbindung zwischen dem Nutzer und der Bridge, die bei uns läuft, kaputt geht, fliegen die natürlich raus. Da können wir nichts gegen machen. Die Bridge muss nämlich eigentlich so nah wie möglich beim Nutzer laufen. Also idealerweise entweder auf demselben Computer oder eben am besten gar keine Bridge, sondern dass die Software, der IRC-Client, selber das Robustration-Protokoll sprechen kann. 49% unserer Nutzer betreiben selber eine Bridge, so weit, so gut. Und 1% unserer Nutzer, nämlich genau ich, benutzt das IRC-Plugin. Das funktioniert aber für mich. Der zweite Punkt, den wir gelernt haben, ist, dass einige Bugs für Laien ganz ähnlich aussehen wie ein Netz-Split. Und wir hatten tatsächlich in den ersten paar Monaten, als wir das Netz online genommen haben, ein paar Sachen noch gefunden, die wir übersehen haben beim Programmieren, wie das immer so ist. Und immer, wenn sowas passiert ist, also immer, wenn es so einen Bug gab, dann kamen danach Leute und kamen in den Channel und haben gesagt, was ist denn da los? Wir haben jetzt doch Robust-IRC. Die Idee war doch, dass wir keine Netz-Plits mehr haben und trotzdem gab es vorhin einen Split. Und dann muss man immer genau hinschauen und schauen, warum sind die jetzt rausgeflogen? Was war da das Problem? Was wir zum Beispiel hatten, nur als ein Beispiel für eine ganze Klasse von Fehlern, ist, wir hatten einen Server, den ich absichtlich rebooted hatte, bei dem sich dann rausstellte, dass die Hardware-Clock mit der Software-Clock nicht konform geht, also die war falsch konfiguriert. Das heißt, nachdem der dann rebooted war, kam er zurück mit einer Zeitabweichung von genau einer Stunde. Da war also die Zeitzone oder Daylight-Saving-Time nicht korrekt. Und das ist zunächst mal kein Problem. Der ist dann also in das Netz wieder eingefügt worden. Dann ging erstmal alles weiter. Irgendwann wurde dieser Server dann der Leader, hat also dafür gesorgt, dass neue Nachrichten persistiert werden. Soweit auch noch alles gut. Und nachdem dann aber ein anderer Server Leader geworden ist, und das passiert manchmal, dass einfach ein anderer Server übernimmt, weil es kurze Netzwerkprobleme gibt oder so, das ist gar kein Problem normalerweise, dann aber stand unser Netz für eine Stunde still. Und die Frage ist, warum? Die Antwort ist, weil die Nachrichten, die wir persistieren, einen Zeitstempel bekommen, der als ID für die Nachricht sorgt. Das heißt, die Server müssen zumindest ungefähr synchronisiert werden. Sie sollten also alle NTP benutzen, sie müssen nicht irgendwie auf die Millisekunde gleichgehen oder so. Aber der Unterschied darf nicht zu groß sein. Und in dem Fall war er eben zu groß. Das heißt, der Server hat geschaut, ich bekomme hier eine neue Nachricht, ich will sie persistieren, ich muss jetzt eine ID bestimmen, hat auf die aktuelle Uhrzeit geschaut und hat festgestellt, Moment, die ID ist kleiner als die andere, weil die andere, die letzte Nachricht eben von dem Server kam, der eine Stunde vorging. Und hat dann gesagt, die ID kann ich nicht nehmen, das würde sonst Annahmen kaputt machen, sonst geht das Resume kaputt und so weiter. Und deswegen konnte der dann eine Stunde lang einfach keine IDs finden. Und was dann passiert auf Client-Seite ist, dass die IAC-Clients eben keine Nachrichten mehr schicken können, wie wir das auch gerade gesehen haben. Ich habe eine geschickt und die kam auf der anderen Seite nicht an. Und IAC-Clients schicken aber alle paar Minuten oder so eine Ping-Nachricht und erwarten darauf eine Pong-Antwort. Und wenn die den Ping schicken und keinen Pong bekommen, dann sagen die, oh, da ist offensichtlich irgendwas kaputt, ich beende jetzt die Verbindung und verbinde mich nochmal neu. Und wenn das passiert, dann sieht das für die Nutzer aus wie eine Netzsplit, weil ja, mein IAC-Client hat die Verbindung getrennt und hat sich neu verbunden, das ist doch was eine Netzsplit ist, oder? Streng genommen war das aber nicht so, aber die Grenzen sind natürlich sehr fließend. Also bei Software-Fehlern oder krassen Fehlkonfigurationen, die wir versuchen zu vermeiden, kann es bei Robust-RC immer noch Netzsplits geben. Aber in der normalen Operation eben nicht. In dem konkreten Fall haben wir aus dem Fehler gelernt und ein zusätzliches Package eingebaut namens TimeSafeGuard. Das schaut eben einfach, bevor es in ein Netz geht, ob die anderen Uhrzeiten mit einem gewissen Toleranzintervall konform gehen oder ob eben so ein Problem auftreten würde und verhindert dann, dass man den Knoten in das Netz packen kann. Und dann wiederum würde das Alerting eben anspringen und sagen, hey, da sind zwei Knoten in einem Netz, in dem eigentlich drei Knoten sein sollten. Schau doch mal, was da kaputt ist. So, damit sind wir am Ende des, was ich vorbereitet habe. Wir haben jetzt noch gute fünf Minuten, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für allerlei Fragen, die ihr haben könntet. Und sofern ihr keine Fragen habt, würde ich die Gegenfrage stellen, würdet ihr Robust-RC nutzen? Vor allem auch, wenn ihr ein kleines Netz betreibt oder so, würde es mich sehr interessieren, was denn die Sachen sind, auf die ihr das Augenmerk legt. Also gibt es irgendwas, was vielleicht noch fehlt, bevor ihr es nutzen könntet? Findet ihr es einfach, okay, es ist ein inkrementelles Upgrade, aber nicht wichtig genug, als dass ich meine Server-Software austausche? Oder was ist einfach so eure Meinung? Zu guter Letzt noch, was ich hier auf die Folie gepackt habe, das ist die Einrichtungsanleitung, wie man eine eigene Bridge installiert. Man findet das auch auf robusteer.net in genau den gleichen Schritten. Im Wesentlichen, wenn man Go installiert hat, muss man diese Umgebungsvariable setzen, um Go zu sagen, wo der Code hinkommen soll. Dann gibt es einen Befehl, mit dem man sich die Software holt und kompiliert. Dann führt man sie aus und sagt noch, auf welches Netz man sich verbinden möchte und verbindet sich dann im IAC-Client. Das war's. Also es geht eigentlich recht flott. Und wenn jemand mal reinschauen will, einfach ein bisschen rumspielen will, kann man das damit machen. So, jetzt haben wir Zeit für Fragen. Hier vorne, bitte. Entschuldigung. Mikrofon, bitte. Danke. Kommt die Wirtschaft damit klar, wenn ich zum Beispiel alle 24 Stunden von meinem Provider eine neue App-Adresse aufgezogen bekomme? Ja, genau. Das ist gar kein Problem, weil die Bridge bemerkt dann halt einfach, okay, die Internetverbindung ist kurz weg, verbindet sich dann wieder neu. Alle Nachrichten, die noch nicht gesendet wurden, werden einfach wiederholt und werden vom Netz angenommen. Und ansonsten für Get-Messages ist das eben auch genau das Gleiche, was im regulären Netzbetrieb immer wieder passiert. Also wenn ich zum Beispiel eine neue Software-Version ausrolle, dann bekommt das eigentlich keiner mit. Aber da passiert es nämlich genauso. Ich installiere also eine neue Version von dem Robust-RSC-Executable und stoppe den Server, der startet dann neu, führt das neue Binary aus und alle Leute, die sich mit diesem Server eben verbunden hatten vorher, werden dann eben disconnected von dem Server. Wäre also genau die Situation, in der du wärst, alle 24 Stunden. Ja. Hier vorne noch eine Frage. Hi. Was ist jetzt der nächste Fokus, also für die nächsten Monate? Ist es eben diese, wie viel waren es, 1000 Nachrichten die Sekunde zu erhöhen oder wo siehst du die nächsten Schritte? Wir haben, also du kannst auch einfach in unseren Bug-Tracker schauen, es gibt eine ganze Anzahl an Feature-Requests, wo wir zuerst mal noch schauen wollen. Also es gibt oftmals so ganz kleine Sachen, weißt du, so ein kleiner Befehl, ist noch nicht implementiert, aber einer der IAC-Clients, die unsere Nutzer verwenden, benutzt den. Ein recht aktuelles Beispiel ist der is-on-Befehl, mit dem man nachschauen kann, ob ein anderer Nutzer eingeloggt ist. Den hatten wir am Anfang nicht implementiert, weil keiner unserer Clients den benutzte, aber dann kam jemand mit einem anderen Client, der meinte so, hey, ich kriege hier die ganze Zeit Fehlermeldungen in meinem Statusfenster, sagt er, is-on, command not implemented. Solcherlei Sachen wollen wir zunächst mal fixen. Dann die Geschichte mit der Performance-Erhöhung für die 1000 Nachrichten die Sekunde ist sicherlich interessant, vielleicht aber nicht unbedingt der Fokus. Es gibt noch zwei andere interessante Punkte, die wir so ein bisschen im Auge haben. Das eine ist, wir haben derzeit noch recht wenig Erfahrung, beziehungsweise Expertise oder Strategien, wie man damit umgeht, wenn es Angreifer auf das Netz gibt. Also sowas wie DDoS oder Floods oder auch Angreifer, die tatsächlich sich anschauen, wie funktioniert das Protokoll, kann ich da irgendwie in einen besseren DDoS fahren oder sowas. Da sind wir derzeit einfach unter dem Radar gewesen und das würde mich persönlich interessieren, wie man da den Code ein bisschen robuster machen kann, auch in der Hinsicht, nicht nur in der Hinsicht über Netzplits und Restarts. Und das andere ist ein Feature, was wir Session Resume nennen. Da geht es darum, dass ein großes anderes Problem ist, dass viele Leute eben einen IRC-Client persistent oder dauerhaft auf einem Server betreiben, einfach weil sie nicht ihr Backlog verlieren wollen und weil der Client da sein muss, um den Nickname zu halten. Und die Observation ist jetzt, wenn man mal dieses Ping-Pong-Spiel ausblendet, was jede Minute oder so passiert, dann könnte man auch einfach sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Computer hier zuklappe und auf meinem Computer ein IRC-Client läuft und ich dann zum Beispiel in ein anderes Land reise und sieben Tage den Computer nicht aufmache und den dann anmache, warum kann der dann nicht genauso weitermachen wie vorher? Also warum kann ich dann nicht meinen Backlog kriegen und dann auf alles antworten und reagieren? Und eigentlich müsste das gehen mit RobusterRC, weil man eben genau schon, die ganzen Sachen sind schon alle da. Also GetMessages kann resumen und so weiter. Jetzt müsste man nur noch schauen, dass man in dem Client das Ping-Pong ausschalten kann, was man machen kann, haben wir schon nachgeschaut. Aber das Ganze sozusagen gut verpacken und dokumentieren und testen und so, das wäre noch ein anderer großer Punkt. Also an inkrementellen Upgrades über IRC ist die Sache mit dem Netzblitz, sind jetzt weg. Hat ganz gut funktioniert. Und jetzt wäre die nächste Frage, kann man Session Resume einbauen? Das wäre natürlich cool. Da hinten gab es noch eine Frage, glaube ich. Diese Bridge, die ist da gerade beschrieben, ist auf der Folie, ist das auch dieselbe, die ihr dann betreibt, wenn Leute bei euch direkt... Okay. Ganz genau. Ist genau dieselbe Bridge. Was wir allerdings noch machen, was normalerweise nicht nötig ist, ist, wir haben noch einen S-Tunnel vorne dran, damit man sie auch mit SSL benutzen kann. Auf lokalen Installationen hat man sie normalerweise auf Localhost am Laufen und dann braucht man das nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne noch. Warum habt ihr euch für Go entschieden? Als Sprache? Warum nicht? Es ist tatsächlich... Also ich habe das Projekt mit einem Freund von mir angefangen und es ist eine unserer Lieblingssprachen. Tatsächlich eignet sich Go eigentlich auch super für solche Sachen, also für Netzwerkdienste, die auf HTTP und JSON basieren und so. Da hast du eigentlich alles, was du brauchst, schon in der Standard-Library drin quasi. Und die Raft-Library, die wir gefunden haben, war eben auch für Go implementiert und sah ziemlich gut aus. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Hat sich herausgestellt, das funktioniert ziemlich gut. Es gibt tatsächlich ein paar Pain-Points, sage ich mal. Die sind jetzt nicht mit der Sprache an sich, sondern eher mit der Implementation in der Standard-Library. Es stellte sich zum Beispiel raus, dass die Geschichte mit dem 1000 Messages pro Sekunde, das Bottleneck war zumindest damals, als ich gebenchmarked habe, noch, ich glaube, mit Go 1.4 oder so und 1.6 ist aktuell, also ist schon ein Jahr her oder sowas, war das Problem hauptsächlich, das Crypto-slash-TLS-Package. Das war einfach nicht optimiert genug. Das benutzte zum Beispiel damals keine Assembler-optimierten Instruktionen, also die AIS-Extension auf modernen Intel-CPUs zum Beispiel. Mittlerweile in Go 1.6 sieht es aber anders aus. Also die holen da auch auf und es verbessert sich auch unter unseren Füßen. Also es wird immer besser und wir müssen eigentlich den Benchmark mal wiederholen und unter kontrollierten Bedingungen. Ich glaube, da ist momentan auch schon deutlich mehr drin. Beantwortet das grob die Frage? Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Da hinten nochmal. Ja, wenn man diese Save-Machine, die man da hat, wie robust ist die jetzt dazu, wenn man sozusagen die interne Logik irgendwie ändert? Also wenn man quasi irgendwo in den, also nicht nur in irgendeiner Library, irgendeinen Buffer-Overflow irgendwo fixt, sondern tatsächlich in dem Code von dem, also in der Logik, die damit arbeitet, sozusagen irgendwas ändert. Kann man dann das auch irgendwie hinbekommen, dass man die Server der Reihe nach neu gestartet oder ist dann mal das Netzwerk kurz weg? Das ist eine super Frage. Das haben wir halt auch gemerkt. Allerdings hat es nie zu Problemen gesorgt, nie für Probleme gesorgt, glaube ich. Der Punkt ist, du hast ganz recht, wenn man die Logik ändert, sodass zum Beispiel die Antwort auf einen IRC-Befehl, der vorher eine Antwort geliefert hat, sich ändert. Zum Beispiel der IS-On-Befehl, den ich vorhin erwähnt hatte, der hat vorher eben Command-Nord-Implemented geliefert. Und wenn ich den Befehl jetzt implementiere, dann liefert der eben die IS-On-Liste, die man erwartet. Und die Antwort ist, in den allermeisten Fällen ist es gar kein Problem, diese Logik zu ändern. Es wäre, glaube ich, dann ein bisschen tricky, wenn du unter zwei Bedingungen, die eine Bedingung wäre, wenn du ein sehr geschäftiges Netz hast, in dem dauernd Nachrichten rein- und rausgehen und bei denen die Clients vielleicht ein bisschen hinterherhängen. Also wenn ein Client zum Beispiel jetzt irgendwie fünf Minuten braucht, um eine Nachricht zu lesen, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein Problem ist, dass ein Client irgendwie noch die alte Antwort bekommt, ein anderer Client schon die neue Antwort oder so. Und das ist dann auch der zweite Punkt. Immer dann, wenn du irgendwie State hast, der in dem Client ist, dann ist das ein Problem. Also mal als konkretes Beispiel, angenommen, du sendest einen Join-Befehl und du gehst damit in den Channel rein und dann stellen wir fest, oh, der Nutzer hätte eigentlich gar nicht joinen dürfen, weil er ist ja eigentlich gebannt, aber Bans haben nicht richtig funktioniert oder so. Und dann würden wir eben den Server fixen, der Server startet wieder hoch, verarbeitet das Protokoll und sieht dann eben, aha, der Join hier resultiert in, der Nutzer ist nicht im Channel. Soweit so gut. Auf Serverseite ist jetzt alles klar, aber was ist mit dem Client, der noch läuft? Der denkt, er sei in dem Channel. Das ist also zumindest ein UI-Problem gelegentlich. Da kriegen dann Leute, wenn sie eine Nachricht schicken, halt im Statusfenster eine Meldung, hey, du bist gar nicht in dem Channel, aber der Client zeigt an, du wärst in dem Channel. Dann musst du halt rausgehen und wieder reingehen. Also wir hatten einmal tatsächlich so einen Fall, wo das so war mit, Leute sind nicht in dem Channel, obwohl sie eigentlich drin waren. Und da haben wir uns dann einfach entschlossen, okay, da gehen wir jetzt als AirCorp rein und kicken einmal alle Leute raus und dann joinen die wieder und dann ist der State quasi gefixt auf den Clients. Für sowas muss man aufpassen, aber üblicherweise ist es kein Problem. Hier vorne noch eine Frage. Wie viele von den alten Kommunikationen werden gespeichert oder wie viel von dieser History muss gespeichert werden? Das kannst du einstellen. Der Default ist sieben Tage, eben genau aus dem Grund mit dem Session Resume, mit dieser Session Resume Idee, dass man eben bis zu sieben Tage seinen Computer einfach ausmachen können soll und dann wieder weitermachen kann. Wenn du jetzt aber sagen möchtest, ich möchte weniger Daten vorhalten, was natürlich löblich ist, dann kannst du auch sagen, okay, ich stelle das jetzt auf eine Stunde. Der Punkt ist, ab dann, wenn du quasi einen Netzausfall hast, der so lange anhält, wie deine Daten speicherhaft ist, also wenn der darüber hinausgeht, dann hast du natürlich gegebenenfalls ein Problem. Wenn also du Nachrichten hast, die sich Clients noch nicht abgeholt haben, weil sie eine sehr langsame Netzverbindung haben, dann werden die sozusagen vorher gelöscht, bevor sie ausgeliefert werden können. Und wenn du jetzt also die Vorhaltezeit auf eine Minute stellst und es gibt Leute, die eine Minute Netzausfall haben, ist das vielleicht blöd. Das heißt, das ist so das Minimum, was einfach die Technik vorgibt. Weitere Fragen? Ich glaube, damit sind wir auch schon über Zeit. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch andere Fragen habt, die euch einfallen sollten, ich bin noch den ganzen Tag hier und morgen auch noch. Fragt mich einfach spontan. Und ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.